Farblich gesehen ist es die perfekte Harmonie. Mit Zuneigung hat diese Umklammerung aber so gar nichts zu tun. Diese riesige Spinne, gefilmt in Asien, hat sich einen nicht weniger großen Happen vorgenommen. In ihren Klauen hält sie eine Eidechse. Das Tier wirkt bereits sehr geschwächt. Bei der Spinne handelt es sich um eine sogenannte Riesenkrabbenspinne. Diese erreichen inklusive Beinen eine Größe von 25 bis 30 Zentimetern. Netze bauen sie nicht, dafür sind sie aber sehr schnell. Diese Echse hatte keine Chance zu entkommen.